Servus Leute, euer Asker am Start. Heute zeige ich euch, wie ihr bei macOS eine ganz normale Ordnerstruktur darstellen könnt, so wie es die meisten von Windows Systemen kennen. Vor allem bei iPhoto und seinem großen Bruder, Aperture, ist das von großem Nutzen. Dazu öffnet ihr einfach den Finder und geht oben in der Leiste auf Finder und dann auf Einstellungen. Wählt in den Finder Einstellungen den Reiter Seitenleiste aus und schon seht ihr, dass einige Kästchen der standardmäßig angezeigten Objekte nicht ausgewählt sind. Ich mache nun einen Haken in das Objekt Bilder und prompt taucht dieses in der Seitenleiste auf. Wenn ich nun auf Bilder klicke, sehe ich den Ordner Aperture Library. Wenn ihr kein Aperture bei euch installiert habt, erscheint hier der Ordner von iPhoto. Da die beiden Programme sich jedoch den gleichen Ordner teilen, erscheint bei mir Aperture, was mir aber auch dann die in iPhoto hinterlegten Dateien anzeigt. Daneben findet ihr auch gleich noch den Ordner von Fotobooth. Ich öffne den Ordner und siehe da, ich bekomme die in iPhoto hinterlegten Bilder angezeigt oder in meinem Fall in Aperture. Wenn auch nicht in dieser Ansicht, die ihr jetzt vielleicht erwartet habt, da ihr nicht nur den Ordner öffnet, sondern direkt das Programm, in diesem Fall Aperture. Und wenn ihr das mit allen Dateien auf eurem Mac Tag machen wollt, also eine in Anführungszeichen klassische Ordner Ansicht, wählt bei den Finder Einstellungen euren Benutzernamen aus. In meinem Fall Frank Freitag. Und schon habt ihr die Möglichkeit, zumindest optisch ähnlich wie auf einem Windows PC zu arbeiten. Ob das jetzt wirklich so notwendig ist, sei mal dahingestellt. Aber selbst ich als macOS Fan muss sagen, dass es durchaus für etwas mehr Übersicht sorgt und mir vor allem geholfen hat bei der Suche nach meinen Final Cut beziehungsweise iMovie Projekten. Die findet man nämlich alle im Ordner Filme. In diesem Sinne, euer Nazca. Ciao.